Beim grünen Kreuz. So, wir haben jetzt 10.000. Das reicht nun nicht für die doppelten Pistolen. Schade. Ich möchte die doppelten Pistolen haben. Und vielleicht auch ein anderes... Eine andere Marito oder sowas. Gut, hier sollen wir den Anwerber finden. Ja, würde ich sagen... Einmal Aussichtspunkt machen. Und dann mit Adlerauge. Mit Spezialfähigkeit Adlerauge. Wir gucken über Stadt. Und dann wir finden den Typ... Für... Verantwortlich dieses Böse. Ganz klar. So. Und da haben wir auch schon das Ziel. Ja, so einfach geht das. Na, wo willst du hin? Komm, lauf nicht weg. Wir wollen nicht sehen. Gegen einen Geist kann man nicht kämpfen. Ganz einfach. Du wirst uns nicht entkommen. Du wirst uns auch nicht entdecken. Wir wissen aber noch nicht mal... Wir wissen noch nicht mal... Ob wir wirklich für die Assassinen arbeiten. Wir haben nie ein Zeichen oder sowas gesehen. Fällt mir gerade ein. Wir haben überhaupt nichts gesehen. Oder? Ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ich hoffe es mal. Denn wenn wir für die Templer arbeiten, wäre das ja ziemlich doof. Das macht ja überhaupt keinen Spaß da. Oh, er läuft. Und er bewegt sich schneller. Wie ihr hier sehen könnt, ist mein Auftraggeber bereit, sehr großzügig zu sein. So scheint es. Dann werdet ihr euch uns anschließen? Si. Haltet sie! Wieso sieht er mich? Oh, 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 oh. Ach, lächerlich, sagst du. Ja. Ähm. Ich würde sagen, damit hast du dein Todesurteil unterschrieben. Denn ich werde dich ganz sicher bekommen. Du läufst nämlich nicht sauber. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wie scheiße sind die. Haben wir hier irgendwo eine Kiste? Bitte aufheben. Ja, natürlich haben wir hier eine Kiste. Kommen wir hier durch mit einer Kiste? Natürlich kommen wir da durch mit einer Kiste. Ja, wir haben eine Kiste. Wir sind super geil getarnt. Ja. Nichts geht... Oh. Schnell hier weg. Nichts geht über den Wert einer Kiste. Und die geilste Tarnung ist die Kiste. Sie ist leicht zu handeln. Hat einen geringen Preis. Und ist ständig wiederverwendbar. Nein. Runter. Runter. Ja. Schön. Synchronisieren und der gleiche Taktik wie eben suchen wir den Mann. Mit Adleraugenattacke. Da sind drei Leute. Unter mir ist nichts. Da sind welche. Da sind zwei. Kann ich da rüberspringen? Ja. Kann ich sein, dass ich das überhaupt nicht machen muss? Ja. Ah, Dummheit. Ich muss gar nicht hier rein. Ich greife dem Spiel, glaube ich, sogar schon vor. Ja. Wie man sieht, muss man das nicht machen. Und jetzt muss ich da rein. Genial. Genial. Einfach nur genial. Genial.